Small is beautiful. Kleine Unternehmen an der Börse haben oftmals hohes Wachstumspotenzial, aber auch spezielle Risiken. Wie man diese richtig einschätzen kann und langfristig überlegene Renditen mit Small Caps erzielen kann, das kläre ich jetzt im Cap-Inside-Panel Small Caps. Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu einem neuen Cap-Inside-Panel. Mein Name ist Christian Veröl und wir reden heute ein bisschen im Geiste von Peter Lynch. Der legendäre Manager des Magellan-Fonds hat uns ja eine ganze Reihe von Investment-Weisheiten auf den Weg gegeben und einer seiner zahlreichen Sprüche lautet Big Companies Make Small Moves, Small Companies Make Big Moves. Deshalb reden wir heute mal über Small Caps und wie üblich möchte ich das mit mehreren Experten tun und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute gleich vier Praktiker aus dem Bereich der geringer kapitalisierten Aktien hier begrüßen zu dürfen. Zunächst bei mir im Studio Thomas Wissler, er ist Vorstand von SRH Alster Research. Hallo Herr Wissler. Und dann drei zugeschaltete Fondsmanager, die also nicht nur analysieren, sondern in diesem ganz besonderen Segment selber aktiv sind. Da wäre zum einen uns zugeschaltet Roger Peters, unter anderem Manager des sehr erfolgreichen DWS-Konzept Plato-Fonds und geschäftsführender Gesellschafter von PFP Advisory. Da wäre dann Lukas Spang, geschäftsführender Gesellschafter von Tigris Capital und da wäre Katharina Ratz, Fondsmanagerin bei Bärenberg. Und Frau Ratz, an Sie doch gleich mal die erste Frage. Sie haben sowohl einen deutschen als auch einen europäischen Fonds in der Verwaltung und zwar steht da jeweils Small Micro Cap. Mal zur Einführung für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Wie grenzen wir das denn eigentlich ab? Wie ist denn so ein Small Cap definiert jetzt in Relation zu den großen Firmen, den Large Caps und den mittelgroßen, den Mid Caps und dann den ganz, ganz kleinen, den Micro Caps? Wie kann man dieses Segment mal so ein bisschen definieren und fassbar machen? Hallo Herr Röhl, hallo in die Runde aus Frankfurt. Ich freue mich hier sein zu dürfen. Zu Ihrer Frage, wie definiert man die Small oder Micro Caps? Die definiert man anhand der Marktkapitalisierung, also des aktuellen Eigenkapitalwertes der Unternehmen, die an der Börse gelistet sind. Eine gängige Marktdefinition ist eigentlich die, dass man die Marktkapitalisierung bis eine Milliarde Euro als Micro Cap definiert und von einer Milliarde Euro bis fünf Milliarden Euro die Small Caps vorfindet. Das heißt, wenn man das Ganze mal auf den deutschen Markt definiert, mit dem ja sicher auch einige Anleger besser vertraut sind als vielleicht auf europäischer oder internationaler Ebene, wäre das dann der SDAX. Also die sehr kleinen Unternehmen befinden sich im SDAX und dagegen die Large Caps, das sind dann die Standardwerte, die im DAX vorzufinden sind. Ja, jetzt haben wir ja eine Definition aus dem angloamerikanischen Bereich. Alleine schon Small Cap. In Deutschland argumentieren wir ja manchmal auch so DAX, MDAX, SDAX. Erste, zweite, dritte Börsenliga und dann gibt es noch was da drunter. Da muss ich natürlich rüberflanken an einen Fußballfan, der sich speziell mit deutschen Aktien beschäftigt, nämlich Roger Peters. Da ist ja dann im deutschen Markt, wenn man sich die Kapitalisierung anschaut, eigentlich fast alles Small oder Micro, oder? Ja, das ist deutlich so. Es ist auch jetzt nach meiner Wahrnehmung nicht so, dass es international klar definiert ist. Also das, was Frau Ratz gesagt hat, sind sehr legitime, probate Grenzen, aber es gibt da keine einheitliche Richtlinie und tatsächlich muss man es vielleicht auch oder man kann es auf die Märkte spezifisch etwas abwandeln, weil in manchen Börsen hat man dann tatsächlich genau wie du sagst fast gar keine Large Caps mehr. Das ist ja bei manchen Emerging Markets nochmal deutlich dramatischer. Und was man auch nicht vergessen darf, man muss ja nur die letzten 20 Jahre mal die Börsenbewegungen sehen, nach oben und nach unten. Da verschieben sich ja dann die Maßstäbe extrem. Also da hat man auf einmal ganz viel, viel mehr Mid-Caps und Large Caps in den Aufschwungphasen und auf einmal deutlich mehr Small Caps und Mid-Caps in den Abschwungphasen, wie wir sie jetzt 2022 erleben. Und das ist ja vielleicht dann unter Umständen auch ein Zeichen, dass man zumindest ganz gut damit fährt, das etwas flexibel zu halten. Ich meine, schlussendlich ist es bei Produkten, wenn Anleger sich jetzt Produkte anschauen, die dezidiert Small Caps, Micro Caps oder Mid-Caps investieren, oft so, dass man da aus Gründen des Anlegerschutzes da harte Grenzen reinsetzt, dass man dann sagt, okay, im Prospekt beispielsweise jetzt, ich greife mal auf, was Frau Ratz eben gesagt hat, ich glaube, zwei Milliarden war als Zahl mal genannt worden oder fünf Milliarden, nee, eins und fünf haben sie gesagt, Entschuldigung, dass man dann sagen kann, okay, genau in diesem Bereich spielt sich das Anlageuniversum ab. Aber ich glaube, wenn ein Anleger selber für sich einfach mal schaut, was er beobachten will, dann ist es vielleicht gut, das nicht zu genau zu betrachten. Und die zentrale Frage war ja auch Deutschland jetzt nochmal. Da ist es tatsächlich so, dass dann der Large Cap Bereich relativ klein umfasst ist. Jetzt haben wir immer über Marktkapitalisierung gesprochen, Lukas Spang. Das ist natürlich dann am Ende häufig eine statistische Größe, denn gerade bei kleineren Werten ist es ja so, dass es da starke Großaktionäre, häufig auch Gründer gibt, die signifikante Anteile halten, die dann in die Marktkapitalisierung eingerechnet werden, aber die ja eigentlich gar nicht handelbar sind. Deswegen, wenn wir von der Marktkapitalisierung mal weggehen, gibt es da noch ein paar andere Themen, also insbesondere, was Sie sich dann angucken bei der Zieldefinition Ihres Universums für den Fonds, was wirklich handelbar ist, zum Beispiel Free Float Value, also der Börsenwert des handelbaren Streubesitzes oder vielleicht sogar auch gewisse Mindestgrößen bei Umsatz, bei Gewinn oder bei der Bilanzsumme. Oder ist es eigentlich bei der Definition dieses Universums eher nachrangig? Ja, also auch nochmal von meiner Seite. Schönen guten Tag in die Runde. Vielleicht nochmal anschließend an die beiden Vorredner. Ich würde auch sagen, dass das grundsätzlich so ein bisschen marktabhängig ist, wie man Small oder Micro Caps definiert. Der Amerikaner wird sicherlich eine andere Größendefinition haben als wir Europäer. Auf der anderen Seite ist natürlich das Thema Free Float und insbesondere in dem Zusammenhang Free Float Market Cap schon sehr wichtig. Gerade natürlich auch für größere Investoren, die sich in dem Marktsegment tummeln, weil natürlich, du hast es angesprochen, es einen großen Unterschied gibt, ob jetzt beispielsweise ein Gründer noch 60 Prozent hält und dementsprechend vielleicht nur 40 Prozent im Free Float gehalten werden, als wenn jetzt der Wert einer Firma mit einer Milliarde zu 100 Prozent im Free Float gehalten wird. Was natürlich auch wiederum einen entsprechenden Unterschied macht, ob die Firma dann beispielsweise in einem Index ist, wie angesprochen zum Beispiel dem SDAX, der natürlich wiederum eine ganz andere Liquidität in der Aktie im Handelsverlauf garantiert oder ermöglicht, als wenn jetzt eine Aktie unterhalb eines Index notiert, weil da einfach die Breite der Investoren nicht mehr so aktiv ist. Und dementsprechend ist natürlich die Handelbarkeit der Aktie sehr, sehr wichtig. Vor allem auch, dass zum Beispiel ein Xetra-Handel ermöglicht ist, dass wirklich auch eine gewisse Tagesliquidität vorhanden ist. Hier gibt es auch immer wieder Aktien aus dem Small- oder Micro-Cap-Bereich, die keinen Xetra-Handel zum Beispiel haben, die letztlich dann nur an Regionalbörsen gehandelt werden, was einfach den Handel nochmal zusätzlich erschwert. Und dementsprechend rate ich zum Beispiel auch Firmen immer, die noch keinen Xetra-Handel haben, hier doch einen Xetra-Handel einzuführen, um einfach eine höhere Liquidität zu haben, was einfach auch für Fondsmanager oder Fondsberater besser ist, um letztlich dann die Handelbarkeit zu gewähren und letztlich dann auch natürlich überhaupt in die Aktie investieren zu können. Jetzt haben wir mal so ein bisschen hier so die Claims abgesteckt. Ja, also wir reden bezogen auf Deutschland, also SDAX und da drunter, aber nicht zu klein und auch nicht zu illiquide regelmäßige Börsenumsätze in ausreichender Stückzahl wollen wir schon sehen. Herr Wissler, jetzt gucken wir mal ein bisschen auf die analytische Perspektive, dass uns Fondsmanagerinnen und Fondsmanager erklären können, warum Small Caps ganz großartig sind. Das setzen wir mal voraus und da werden wir gleich auch mal nachhaken. Aber ich würde gern den ersten Aufschlag dazu mal mit Ihnen machen. Was macht denn diese Small Caps in dieser durchaus nicht ganz klaren, etwas schwammigen Definition für Anleger wirklich interessant, wenn man jetzt mal von dem eingangs zitierten Peter Lynch Zitat und diesen Buzzwords mal weggeht und das versucht etwas zu konkretisieren. Ja, ja, vielen Dank erstmal auch, dass ich hier die Runde nutzen darf, über Small Mid Caps zu reden. Vielleicht nur noch ein Punkt zu dem, was die Vorredner gerade gesagt haben, vielleicht mal mit einem plastischen Beispiel, das nochmal zu untermauern, wenn man sich mal den Wüstenrot nimmt mit 1,6 Milliarden Markecap ungefähr. Ich habe die jetzt nicht direkt im Kopf, würde man jetzt vielleicht nicht mehr als Small Cap bezeichnen. Aber wenn man sieht, was Herr Spang sagt, wenn die Anteile doch in festen Händen liegen, dann ist es einfach so, dass diese Aktie nicht mehr sehr stark handelbar ist und eventuell auch nicht mehr so im Fokus der Investoren ist, also ein klassischer Nebenwert ist, was ja die Bezeichnung von Small Mid Caps eigentlich ist. Aber nicht im Fokus von Investoren ist ja zunächst mal etwas, wo ein unbedarfter Investor sagt, oh nee, also wenn es nicht im Fokus ist, warum soll ich es dann in den Fokus nehmen? Genau, und da kommen wir jetzt zu der Frage, die Sie gerade gestellt hatten, was macht eigentlich Small Mid Caps eigentlich so spannend. Das ist genau der Punkt. Die Aktien sind nicht im Fokus von Investoren. Heißt aber im Umkehrschluss, dass dort häufig sehr viel Potenzial liegt für Investoren, die sich die Mühe machen, dort wirklich mal hinzugucken, wo keiner hinschaut. Denn in der Regel sind dort sehr spannende Unternehmen. Wenn wir sagen Small Mid Caps, das sind immer gute Unternehmen, das würde ich vielleicht ein bisschen mit einem Fragezeichen hinterlegen. Ich glaube, die Qualität bei Small Mid Caps, die variiert schon sehr stark. Also es gibt wirklich von relativ schlechten Unternehmen bis hin zu den klassischen Hidden Champions, von denen wir alle sprechen. Also der Mittelstand, der weltweit in einer Nische sehr stark führend ist, findet man eigentlich alles. Und das Schöne an diesen Märkten sind einfach, es ist halt noch unterbewertet. Der Markt reagiert nicht so schnell auf Informationen. Das heißt, wenn man die Mühe macht, dort hinzuschauen, kann man auch dieses vielbesagte Alpha rauskitzeln. Aber das andere ist auch, diese Unternehmen sind gegenüber der Large Cap Konkurrenz vielleicht auch wachstumstärker. Sie sind kleiner, die haben noch im Lebenszyklus vielleicht viel mehr Chancen auch zu wachsen. Das sind zwei Themen, die machen uns sehr spannend. Und vielleicht, wenn ich den letzten Punkt noch nennen dürfte, häufig hat man in diesem Bereich auch noch das Management oder Altaktionäre, die einen großen Anteil erhalten, die natürlich langfristig denken, nicht von Quartal zu Quartal. Das macht es aus meiner Sicht auch nochmal sehr spannend, weil man hat Leute in der Führungsebene, mit denen man einfach eine gleichgerichtete Interessensgemeinschaft bilden kann. So, jetzt haben wir gerade also schon gehört, das sind die Werte, auf denen nicht der Fokus liegt. Die sind so nicht so ausgeleuchtet wie bei einer Apple. Da gibt es tausende professionelle Analysten und wahrscheinlich 700 Millionen sonstige Hobby-Analysten, die eine ganz genaue Meinung dazu haben. Da wird es dann, als einer, der oben drauf kommt, ziemlich schwierig, nochmal eine neue Meinung zu haben. Und Sie drei, Sie gehen ja dann raus und wollen genau diese nicht ausgeleuchteten Nischen mal wirklich ausleuchten, um dort etwas zu finden. Frau Ratz, erklären Sie uns doch mal so ein bisschen, wie Sie das tatsächlich machen, dann dieses Ausleuchten und insbesondere mal mit Blick so auf das, was man ja gerne KPIs nennt, so Key Performance Indicators oder wir können es auch Trigger nennen. Also das, was Ihnen ins Auge sticht, wo Sie sagen, hm, also das sind Themen, wenn ein Unternehmen das hat, dann gucke ich mir das zumindest mal näher an und wenn es das nicht hat, dann kommt es gleich in die Ablage P. Also insgesamt ist das Investment-Universum von Small-Caps und Micro-Caps extrem spannend, weil einfach im Schnitt das Wachstum höher ist als bei Standardwerten. Dann sind fokussiertere Geschäftsmodelle. Und wenn man darüber hinaus eben noch die besonders interessanten Unternehmen selektiert, kann man eben auf noch größeres Wachstum dann auch setzen und über die Mittel- bis lange Frist investieren. Aber es ist natürlich eine größere Hürde, denn dieses große Investment-Universum, da sprechen wir im Small-Cap-Bereich von 1300 Unternehmen, jetzt speziell auf Europa bezogen und im Micro-Cap-Bereich von 5500 Unternehmen. Und das, ja, stellt schon mal ganz gut dar, wie viel Zeit und Erfahrung man mitbringen muss, um in diesem sehr spannenden Segment die richtigen Aktien zu selektieren. Und meiner Meinung nach ist es da sehr wichtig, dass man die Erfahrung mitbringt. Denn über die Zeit lernt man die wichtigsten Unternehmen kennen, spricht regelmäßig mit dem Management, also kann die wichtigsten Geschäftsmodelle und die wichtigsten Management-Teams sehr gut einschätzen. Und welche KPIs sind da meiner Meinung nach sehr wichtig? Das sind erst einmal ja die Wachstumsfaktoren, also dass man differenziert, inwiefern das historische Wachstum der Unternehmen auf wirklich strukturelle Treiber zurückzuführen sind oder ob das Unternehmen vielleicht einfach nur zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort war sozusagen, also nur vom unterliegenden Wirtschaftswachstum profitiert hat. Denn nur wenn man die wirklichen Wachstumstreiber greifen kann und analysieren kann, inwiefern die auch in die Zukunft fortzuschreiben sind, kann man ja auch mit einer hohen Konfidenz sagen, dass das so fortzuführen ist. Das ist der erste Faktor, die Wachstumstreiber, die wirklich zu verstehen. Und der zweite Faktor ist dann die Qualität. Denn Unternehmen haben ja nur dann auch eine Daseinsberechtigung, wenn sie wirklich strukturell auch deutlich mehr als ihre Kapitalkosten verdienen. Und ja, der hierfür wichtigste KPI ist meiner Meinung nach die Kapitalrendite, was einfach zeigt, welche Rendite kann das Unternehmen auf ihr eingesetztes Kapital verdienen und wie vergleicht sich die dann mit den Kapitalkosten? So, da haben wir also Kapitalkosten. Das ist ja auch zumindest etwas für Anleger, die jetzt sagen, naja, also ich möchte das vielleicht auch mal selber mich ein bisschen daran versuchen, mal zumindest Unternehmens zu screenen. Das ist ja etwas, was man mit Software-Methoden dann schon mal machen kann. Da haben wir einen ersten Punkt, auf den man achten kann. Weil also 5000 Unternehmen einfach so durchzuscreenen, das wird niemandem gelingen, wenn man es qualitativ macht, sondern das ist dann wirklich Erfahrung, auch Erfahrung von Teams, weshalb ja viele Fonds eben doch auch ein entsprechendes Team haben. Roger Peters, gibt es bei euch da weitere von diesen KPIs, wo ihr schon in der ersten Phase sagt, da gucken wir drauf? Also vielleicht noch vorausgeschaut, wir sind ja keine reinen Small-Cap-Investoren. Wir decken den kompletten deutschen Markt ab, haben oft in der Konsequenz aber stärkeres Exposure bei Small- und Mid-Caps, was dazu führt, dass man unsere Einschätzung sehen kann, dass wir da zumindest in den vergangenen Dekaden auch mehr interessante Investments gesehen haben. Warum erzähle ich das? Weil ich sage, grundsätzlich von der Attitüde geht man in den Small-Cap genauso rein wie in den Large-Cap unserer Ansicht nach von der Philosophie. Das heißt, man nimmt seine Parameter, legt die auf. Bei uns sind das im Wesentlichen Bewertungsgründe, Bewertungsparameter, Wachstumsparameter und auch qualitativ Beurteilungen des Unternehmens oder beziehungsweise der Bilanzstärke und schaut dann halt, ob es dann entsprechend passt, auch eingangs in den Screening-Prozess. Was dann halt in einem Small-Cap nochmal dezidiert anders ist, da kann ich anhaken einige Punkte, die der Herr Wissler auch gesagt hat, weil da tatsächlich manche Unterschiede sind zu einem DAX-Konzern. Es geht mit der Anlegerstruktur los, es ist oft Familien dominiert, was dann dazu führt, dass man diese Interessenskongruenz hat, die er auch hat. Es ist stärker von einzelnen handelnden Personen reflektiert. Das heißt, es spielt eine größere Rolle, wer diese Personen sind und was sie machen. Wenn da jetzt jemand ist, der 30 Prozent des Aktienkapital hält und zu dem noch seit 20 Jahren im Vorstandssessel sitzt, dann ist man ja auch deutlich abhängiger als jetzt von einem breiten Management Board, was halt alles am Ende Angestellte sind. Und genauso ist es auch in der Hinsicht der Geschäftsmodelle. Die sind wesentlich häufiger eindimensionaler. Also man hat nicht oft diese Misch-Konzerne, die etwas breiter aufgestellt sind. Das heißt, man muss sich mit den Märkten etwas dezidierter beschäftigen oder man hat eine größere Abhängigkeit von Einzelmärkten und Einzelfaktoren. Aber ansonsten würde ich nochmal unterstreichen, dass die Parameter da auch wirklich die gleichen sind wie bei anderen Unternehmen. Sprich, am Ende will ich wissen, ist die Aktie teuer oder günstig? Ist das Unternehmen gut oder schlecht? Und wäge das dann gegen andere Investments ab? Wenn ich da mal... Da haben wir ja irgendwie... Ja. Danke. Genau, sehe ich genau ähnlich. Also auf der fundamentalen Unternehmensanalyse-Seite sind die Faktoren die gleichen. Aber nichtsdestotrotz muss man mehr Augenmerk auf das Management legen. Warum? Weil das Unternehmen vielleicht noch nicht die Historie hat, wie ein Large-Cap-Unternehmen, das heißt, man ist mehr darauf angewiesen, wie viel Vertrauen man auch dem Unternehmen schenkt, dass es gut aufgestellt ist, das Unternehmen auch in der Krise zu führen. Und der zweite Punkt, der auch anders ist, ist das... Ja, wir reden hier von sehr kleinen Unternehmen. Da ist die Kapitalmarktkommunikation häufig noch nicht optimal. Aber das lässt ja nicht unbedingt immer Rückschlüsse auf die Qualität des Unternehmens führen. Das heißt, da muss man auch ganz klar differenzieren. Ja, wenn ich da auch nochmal einhaken darf. Also das unterstreicht eigentlich nochmal so sehr, warum dieser Bereich Small- und Mid-Cap eigentlich auch so schwierig zu greifen ist. Denn wie Sie gerade auch schon gesagt haben, das Management spielt halt eine sehr große Rolle. Das sind halt einfach auch Kennzahlen, die man eben auch nicht über ein Spreadsheet einfach mal filtern kann und sagen kann, das sind jetzt gute Unternehmen. Das heißt, man muss sich dort auch schon aktiv mit diesen Unternehmen auseinandersetzen. Man muss idealerweise mich mit dem Unternehmen oder mit dem Management mal zusammensetzen, Roundtable oder auch mal vor Ort sein und sich die Produktionsstätten anschauen. Das ist meiner Meinung nach ein ganz großer Punkt und ein wichtiger Punkt. Und ein letzter Punkt, da ich ja der Vertreter der Aktienanalyse hier bin in der Runde, was es natürlich auch sehr schwierig macht, jetzt KPIs zu screenen, liegt einfach daran, dass die Small- und Mid-Caps in der Regel auch untergecovert sind. Also häufig hat man ja gar keine Coverage oder ein oder zwei. Und das vergleicht man jetzt mit einer BASF, die vielleicht von 40 oder 50 Analysten gecovert sind, wo man einfach nur auf den Konsens schauen muss und schaut, sind die IPS-Zahlen einen Cent höher oder niedriger? Genau, also man muss mehr reingehen. Lukas Spang, würdet ihr sagen, man hat eigentlich so ein bisschen mehr so die Rolle eines Psychoanalytikers mit dabei, weil das Management so wichtig ist? Also der Michael Schumacher wurde ja mal gefragt, wie er das gemacht hat, immer mit diesen Regenrennen und dann hat er das Wort geprägt Popometer. Ja, das wusste, glaube ich, keiner außer ihm, was das so wirklich bedeutet. Aber das war so ein ganz besonderes Feeling für die Situation und für das Unternehmen. Ist das ein Punkt, der wirklich hier viel, viel stärker ist als jetzt bei einem Large-Cap-Thema oder kann man wirklich sehr, sehr viel quantifizieren? Ja, also ich würde schon sagen, dass gerade das Thema Menschenkenntnisse sehr wichtig ist im Small- und White-Cap-Bereich. Da eben, wie gesagt, der Faktor Mensch hier bei den Unternehmen sehr wichtig ist. Das heißt, man muss einfach auch ein Gefühl dafür entwickeln, ist das, was der auf der anderen Seite des Tisches oder auf der anderen Seite des Bildschirms, wir haben ja in den letzten zweieinhalb Jahren sehr viel auf virtueller Basis miteinander gesprochen, glaube ich, dass demjenigen oder derjenigen ist das, macht das Sinn, was derjenige oder diejenige erzählt. Man muss natürlich auch, je nachdem, wie lange der oder diejenige schon im Amt ist, so ein bisschen schauen, Track Record des Vorstandes, die Aussagen der Vergangenheit validieren. Konnte er seine Prognosen beispielsweise einhalten? Hat es gestimmt, was der oder diejenige gesagt hat? Und letztlich dann auch natürlich neben den vielen Zahlen, die man sich anschaut, die man analysiert, wo man Analysen aufstellt, letztlich den wichtigen Faktor, nämlich den qualitativen Faktor Management mit reinfließen zu lassen. Denn am Ende kann man ja sehr viel analysiert haben und sagen oder zu dem Schluss kommen, die Unternehmen, die Aktie ist unterbewertet. Wenn aber das Management auf Basis dessen letztlich die gesamte Analyse basiert, nicht diesen Track oder diese Ziele auch erreicht, dann ist natürlich die ganze Analyse dahin. Und letztlich ist das vielfach auch ein Faktor, warum zum Beispiel Aktien sich nicht nachhaltig positiv entwickeln können, weil letztlich das Management nicht die Qualität aufweist, um auch beispielsweise mehrjährige Prognosen dann auch einzuhalten. Und wenn wir auch noch mal auf das Familienthema eingehen kurz, dann ist es natürlich auch immer so, die Frage, wie ist der Aufsichtsrat besetzt? Sind das mehr oder weniger Friends und Family vom Vorstand und vom Großaktionär? Oder wie ernsthaft ist hier letztlich auch der Aufsichtsrat aufgestellt, um letztlich dann sich auch kritisch mit dem Geschäft und mit den Zahlen auseinanderzusetzen, damit letztlich auch das Management beziehungsweise der Vorstand hier so ein bisschen, sagen wir mal, gefordert ist, um letztlich dann wirklich auch die Zahlen einzuhalten, eine gute Geschäftsentwicklung auch nachzuweisen, aufzuweisen, um damit letztlich dann auch eine attraktive Aktie für uns Investoren zu bieten. Also wir haben jetzt gesehen, es gibt eine ganze Reihe von qualitativen Faktoren, die man irgendwie durchleuchten muss. Es ist eben nicht nur das Excel-Sheet. Damit ist es natürlich eine interessante Spielwiese für das aktive Management, das ja bisweilen gerne in Zweifel gezogen wird, ob es denn überhaupt Sinn macht. Ja, und bei einer vielleicht überrecherchierten Apple oder Microsoft kann man darüber streiten. Aber wenn sich niemand um solche Aktien mehr kümmert, weil ja auch gerade die großen Banken Analysekapazitäten heruntergefahren oder komplett geschlossen haben, wovon sie ja wiederum profitieren mit ihren Dienstleistungen, dann ist das natürlich schon eine interessante Nische. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch für Small Caps Indizes. Und wenn wir mal über das Segment allgemein sprechen, dann guckt man natürlich nicht erst jetzt auf ihre drei Fonds. Das kann man auf der Plattform sehr gut machen. Da kann man sich sehr, sehr gut davon überzeugen, was hier auch für Renditen möglich sind. Aber wenn ich jetzt einfach mal auf die Indizes schaue, da gibt es ja sowohl vom MSCI World als auch von Länderindizes wie dem S&P Universum oder dem Stock 600 Universum, gibt es Ableitungen, wo eben dann speziell die Small Caps drin sind, meistens irgendwie in einer Prozentzahl von der gesamten Marktkapitalisierung. Und wenn man dann einfach mal diese Indexfonds nimmt und die großen, die Large Caps laufen lässt gegen die Small Caps, dann stellt man trotz des Wachstumspersonals, des Wachstumspotenzials von Small Caps und all dieser Faktoren, über die wir schon gesprochen haben, die wir gleich präzisieren werden. Da stellt man fest, also in den letzten Jahren, gemessen an den Indizes, waren Small Caps von der Performance eher kein guter Deal. Die handelbaren Small Cap Indizes sehen allesamt schlechter aus als ihre Large Caps Pendants. Und hier in Deutschland ist es noch dramatischer, gerade wenn wir mal auf dieses Jahr schauen. Da haben wir natürlich einen richtig schlechten DAX. Aber MDAX und SDAX, die kleineren Indizes, die zweite und dritte Börsenliga, die haben noch mal zehn Prozentpunkte mehr verloren. Roger Peters, warum merkt man von dem Wachstumspotenzial der Small Caps bei den Indizes nichts und gerade momentan nicht? Weil es momentan so ist, ist die Betrachtung auf drei Jahre so geprägt. Also diese drei Jahre Differenz, die du zitiert hast, die ist ja wesentlich durch 2022 geprägt. Und es gibt immer so Phasen. Also 2018 Q4 war auch so eins, wo die Nebenwerte steiler runtergegangen sind. 2016 war auch so eine Phase. Ich würde das mal, bleiben wir bei dem Beispiel der deutschen Indizes, weil es ja sehr plakativ ist und in diesem Jahr sehr deutliches Delta zugunsten des DAX ist. Das relativiert sich langfristig deutlich. Also wenn man sich einen Zehnjahresvergleich anschaut, dann ist im Vergleich der vier größten deutschen Indizes, MDAX, SDAX, TechDAX noch aufzuführen und DAX, der DAX der schlechteste. Auch jetzt noch, trotz der Performance 2022. Einigermaßen deutlich sogar. Also zum MDAX und zum SDAX spürbar und zum TechDAX sogar sehr deutlich. Also ich würde sagen, das ist auch absolut logisch, weil die langfristig bessere Rendite, die es meiner Ansicht nach auf die langen Zeiträume auch international durchaus gibt, auch empirisch belegt gibt, die zahlen Anleger halt mit einer höheren Volatilität. Das ist ja auch absolut logisch und nur so macht auch der Kapitalmarkt ja auch Sinn. Und wir haben jetzt eine Phase, die geprägt ist von sehr viel Angst, von sehr viel Pessimismus, wo viele Anleger sich aus dem Aktienmarkt zurückziehen und wo Risiko reduziert wird. Da ist es absolut normal, dass bei Nebenwerten die Abgaben stärker sind, weil man halt einen weiteren Risikofaktor hat neben der Unternehmensentwicklung, die Liquidität der Aktien oder die Handelbarkeit der Aktien und das wird dann stärker reduziert. Ich würde also, um die Frage zu beantworten, sagen, das ist halt wirklich darauf zurückzuführen, dass die letzten drei Jahre und insbesondere die letzten zwölf Monate ein etwas wenig repräsentierbarer Ausschnitt sind. Auf 10- und 20-Jahresperspektiven sind die Vorteile von Small- und Mid-Caps in der Praxis so, wie wir das der Theorie nach eben umschrieben haben. Zumindest mal in der Breite, natürlich nicht allumfassend. Es gibt ja mittlerweile sogar Nobelpreis gekröntes Wissen rund um dieses Thema. Wenn wir die Faktorforschung von French Pharma uns anschauen, da ist ja eben die Liquiditätsprämie, die mit Small-Caps einhergeht, einer der Werttreiber, die dort identifiziert werden. Nun sind diese Zahlenreihen ja sehr lang. Frau Ratz, kann es denn sein, dass diese Zeitenwende, über die wir ja allerorten sprechen, auch geopolitisch dazu führt, dass wir bei Small-Caps eine längere Phase sehen könnten, in denen die schlechter abschneiden als die vermeintlich resilienteren Large-Caps, die großen Apples und Microsofts dieser Welt? Meiner Meinung nach sind Small-Caps sehr gut aufgestellt, um auch diese Zeitenwende weiterhin dadurch sehr gut hinweg durchzukommen. Warum? Weil sie einfach in der Vergangenheit auch unter Beweis gestellt haben, dass sie durch ihre höhere Agilität die Krisen sehr gut managen können. Wenn man sich jetzt die beispielsweise Covid-bedingten Restriktionen im März und April 2020 anschaut, waren es auch insbesondere die Nebenwerte, die da sehr gut hindurch geführt wurden. Die Unternehmen haben häufig sehr schwierige Entscheidungen getroffen, beispielsweise am Personal festzuhalten, auch wenn die Auslastung zu den Zeiten deutlich geringer war, weil sie einfach der Meinung waren, dass es Restriktionen sind, die temporär sind. Und die Effekte sieht man jetzt. Sie sind in Zeiten von Personalmangel, von Fachkräftemangel deutlich besser aufgestellt als beispielsweise Standardwerte. Das heißt ja, es gibt wieder eine neue Krise. Wir müssen uns jetzt mit dem Thema höhere Energieunabhängigkeit beschäftigen. Ich bin mir sicher, es wird in den nächsten fünf bis zehn Jahren noch sehr viele weitere Krisen geben. Aber in der Vergangenheit haben diese Nebenwerte mit deutlich agilerem Management unter Beweis gestellt, dass sie sehr gut in der Lage sind, die Krise zu managen. Also sozusagen Resilienz durch Agilität, um das Ganze mal mit so ein bisschen Buzzwords anzureichern. Lukas Spang, bei einem solchen sehr stark fokussierten Portfolio, wenn man dann feststellt, da kommt so eine Krise von außen, exogene Faktoren, ist dann plötzlich Energieeinsatz etwas, was uns hier momentan sehr stark beschäftigt, wo man dann den Investment Case komplett dreht und sagt, okay, das ist nicht mehr interessant. Oder gibt es dann auch schon so etwas, dass man Vertrauen weiterhin zum Management hat und sagt, okay, wir wissen noch gar nicht, wie die Lösung aussieht, gerade in einer energieintensiven Branche. Aber so ein Vertrauensvorschuss in ein Management kann auch so groß sein, dass man dann trotzdem dabei bleibt, auch wenn gerade so richtig makroökonomischer Gegenwind kommt? Ich würde das mit einem Jein beantworten, weil es am Ende wirklich wieder ein Einzelfall ist, der zu betrachten ist und entsprechend zu entscheiden ist. Dementsprechend muss man schauen, wie ist das Unternehmen in dem Fall konkret aufgestellt, mit dem Management zu sprechen, was ist die Einschätzung des Managements, welche Maßnahmen hat das Management eingeleitet oder ist noch dabei umzusetzen, um dann daraus schließend letztlich eine Beurteilung treffen zu können und dann natürlich daraus abgeleitet auch eine Entscheidung. Man kann natürlich grundsätzlich, wenn man hier entsprechend umfangreich in einen Wert investiert ist und dann muss man vielleicht auch, weil man dann auch einfach nicht so schnell rauskommt, muss man vielleicht auch so eine Phase dann mal durchstehen. Da kann vielleicht Frau Ratz auch mehr zu sagen, weil ihr Fonds natürlich deutlich größer ist und dementsprechend natürlich auch die Positionen deutlich größer sind, beziehungsweise auch die Anteile im Unternehmen, sodass die Flexibilität zum Teil nicht ganz so hoch ist, um da mal schnell rein oder raus zu gehen. Bei mir ist das jetzt weniger der Fall, weil natürlich der Fonds noch relativ klein ist und dementsprechend mehr Flexibilität auch möglich ist. Aber ich würde sagen, kurz und nackig auf die Frage an Frau Ratz kommen wir gleich nochmal zurück. Ich möchte vorher nochmal eine Frage an Sie richten, weil in Ihren Studien ja dann auch am Ende irgendwelche Projektionen sind. Sie müssen ja dann auch doch die ganzen qualitativen Faktoren irgendwie eindampfen. Da will man ja sehen, okay, was ist denn jetzt so für die nächsten Jahre zu erwarten? Wie kann so eine G&V, wie kann so eine Cashflow-Rechnung dann aussehen? Wie machen Sie das momentan mit diesen zahlreichen Inputfaktoren? Henning Geppert hat mir letztens gesagt, wir fahren durch eine Nebelwand. Wie machen Sie diese Nebelwand, gerade bei Unternehmen, die jetzt nicht so viele Möglichkeiten haben, dass sie irgendwelche Studien ranziehen über Verband der chemischen Industrie bei BASF, sondern wo sie wirklich tief rein müssen in das einzelne Geschäftsmodell. Wie kann man das da halbwegs plausibilisieren, dass man sagt, also auch in diesem Nebel gibt es dann einen quantitativen Kompass? Ja, das ist in der Tat eine sehr schwierige Frage. Also auch wir Analysten haben natürlich nicht die Kristallkugel, die besagt, wie das Unternehmen durch die Krise durchkommt. Da muss man vielleicht differenzieren, einmal das Thema Bewertung, das spielt natürlich nochmal eine ganz andere Rolle als auch die Fundamentalkennzahlen, die wir vorkasten. Das sind natürlich auch Gespräche mit dem Management. Wir hören, was das Management zu sagen hat, wie sich das Kundenverhalten hat. Häufig ist es aber auch so, dass wir mal mit Lieferenten sprechen, mit Kunden sprechen von den Unternehmen, um einfach auch mal abzugleichen, was ist zu erwarten. Wir gucken uns vorherige Krisen an. Wir haben ja glücklicherweise bzw. leider schon einige Krisen, auf die wir zurückgreifen können. Also häufig gibt es dann die Frage, wie hat so ein Unternehmen eigentlich reagiert 2008 in der Krise? Wie hat sich der Umsatz entwickelt? Wie hat sich das Ergebnis entwickelt? Das gibt schon ganz gute Anhaltspunkte. Am Ende ist es allerdings in der Tat so, in so einer Phase wissen wir alle nicht, wo es hingeht und da kann man einfach nur seine besten Schätzungen machen, die dann häufig dann auch im Preismengenmodell sind, auf den Order-Backlog des Unternehmens abzielt. Das sind so die Punkte, wie wir uns eigentlich annähernd an das Thema ranwagen dürfen. Und da sind Sie dann durchaus wahrscheinlich auch schon mal konträr zu dem, was das Management Ihnen bei der ersten Präsentation sagt. Wenn Sie dann mit dem Lieferanten gesprochen haben, der Lieferant zeichnet Ihnen ein ganz anderes Bild von den Zuständen im Markt, dann gehen Sie zurück und sagen, hey, also so kann es doch nicht sein. Dann machen Sie Sicherheitsabschläge oder wie arbeiten Sie da? Ja, genau. Ich erinnere das noch sehr gut 2007 in der Phase, bevor Lehman Brothers Pleite ging. Da haben wir mit den Unternehmen gesprochen und die haben alle erzählt, wir haben unsere Order-Bücher auf historischem Hoch und der Kapitalmarkt hat aber was anderes signalisiert, dass wir in eine Rezession reinlaufen. Und in der Regel ist es so, dass sich das dann in den Zahlenwerken der Unternehmen erst später widerspiegelt. Das heißt, da muss man schon mal konträr vorgehen, weil das Unternehmen selber es noch gar nicht sieht, was auf ihn zukommt oder auf sich zukommt. Und von daher ist das dann schon häufiger mal eine schwierige Diskussion, die man führt und auch nicht immer nur zu Freunden führt. Ja, aber genau das soll es ja sein, weil es ist ja am Ende diskursiv und alle diejenigen, die dann gleich direkt auch dann Geld investieren, nämlich die Damen und Herren Fondsmanager, müssen ja genau dasselbe machen. Lukas Spang hatte eben eine Frage aufgegriffen, die mich natürlich auch umgetrieben hat. Wir haben jetzt ein bisschen über dieses Ausleuchten gesprochen und es kann ja durchaus sein, dass man jetzt so in der einen oder anderen Nische wirklich spannende Unternehmen findet, wo man Resilienz durch Agilität vermuten darf, wo man vielleicht sogar auch noch eine günstige fundamentale Bewertung mit dabei hat, wo man wirklich überzeugt ist, also dann High Conviction hat. Und wenn man sieht, wie hoch der Aufwand ist für eine solche Portfolio-Strukturierung, dann würde man denken, naja, ein Small Cap Fonds oder ein Fonds mit Small Cap Focus muss relativ klein sein von der Anzahl der enthaltenen Werte, also vielleicht 20, 30, viel weniger geht ja schon gar nicht, wenn wir die rechtlichen regulatorischen Grundlagen berücksichtigen. Aber Frau Ratz, Ihr Fonds ist deutlich größer, nicht nur wegen des Volumens, sondern auch von der Titelanzahl. Wie schaffen Sie das, trotz dieses aufwändigen Ansatzes, so viel ja dann am Ende doch High Conviction zu finden? Europäischen Small Cap Fonds haben wir in der Regel 90 Titel, im europäischen Micro Cap Fonds sind es in etwa 110 und im internationalen Micro Cap Fonds in etwa 100 Titel. Wie schaffen wir das? Weil wir fünf Portfolio Manager sind und auch im konstanten Aufbau sind, die sich wirklich 100% ihrer Zeit dafür nutzen können, diese fundamentalen Unternehmensanalysen zu fahren. Das ist das eine. Und dann kommt natürlich auch sehr viel über die Erfahrung. Peter Kraus war damals der Pionier im europäischen Micro Cap Segment, hat mehr als 20 Jahre Erfahrung. Ich beispielsweise bin auch seit neun Jahren fokussiert auf dieses sehr spannende Small Cap Segment. Und mit der Zeit hat man einfach verschiedene, sehr, sehr verschiedene Unternehmen, die man analysiert, kann dann auch sozusagen die Mosaiksteine zusammensetzen, weil man nicht nur die Wettbewerber, sondern auch die Zulieferer, Kunden etc. kennt und damit dann auch die Aussagen des Unternehmens verifizieren. Das ist der eine Punkt. Jetzt mag die Anzahl der Unternehmen vielleicht relativ hoch klingen, gerade wenn man es auch mit einem Standardwerte-Fonds vergleicht. Aber wichtig ist, dass man die Anzahl der Titel auch in den Kontext des Investmentuniversums setzt. Wir hatten eingangs gesagt, im Small Cap Universum und Micro Cap Universum gibt es 5.500 gelistete Unternehmen. Das heißt, wenn man jetzt da die Anzahl von knapp 110 Titeln in den Kontext setzt, sieht man, dass die Konzentration von ca. 2% doch deutlich höher ist, als jetzt vielleicht bei einem Standardfonds, der, sage ich mal, ja 40 Titel hat, aber aus dem Investmentuniversum von nur 200 Titeln auswählen kann. Roger, ihr seid ja voll fokussiert bei PFP Advisory gemeinsam mit deinem Partner Christopher Frank auf Deutschland. Habt also schon mal ein kleineres, investierbares Basisuniversum. Ist es da leichter, einen Fonds wirklich zu fokussieren auf die allerbesten Ideen oder müsste man nicht eigentlich das noch enger fokussieren können, was regulatorisch ja dann nicht möglich ist? Ist die Regulatorik da ein bisschen hinderlich? Würdet ihr gerne sagen, okay, also am liebsten wären wir nur in 5, 6, 7 Titeln drin? Oder sagt ihr also, die Diversifikation ist auch für einen Portfolio-Manager gut? Ja, also ich denke, dass die Usage-Regulatorik, die da, ich sage mal, gewisse Einschränkungen macht, es gibt ja andere durchaus Vorstrukturen, wo man extremst konzentriert arbeiten könnte, wenn man das will, dass die unserer Ansicht nach nicht hinderlich ist, weil bei allem, was man über High Conviction und über Konzentration auch positiv ablesen kann, das hat ja alles eine Kehrseite, entsprechend geht da auch ein gewisses Konzentrationsrisiko auch mit einher. Aus Anlegergesichtspunkten generell auch ein wichtiger Bestandteil einer jeden Portfolio-Strategie, dass man auch ausreichend diversifiziert. Also genau diesen Spagat hinzubekommen, dass man genug akzentuiert, um, ich sage mal, von den guten Transaktionen ausreichend zu partizipieren kann. Und andererseits auch wiederum das Risiko, auch Kleinheit über den, diese Resikationseffekt, den es ja wissenschaftlich völlig unumstritten gibt, das ist halt ein Spagat. Also meiner Ansicht nach, man, die meisten Fonds, die tätig sind im deutschen oder europäischen Markt, haben ja oft eine sehr ähnliche Struktur. Das sind dann oft 30 bis 50 Titel, manchmal 60 bis 70 oder so, wenn es etwas größere Fonds sind. Aber das findet sich oft in einer, wie ich finde, durchaus logischen Grenze. Bei Portfolio-Gewichtungen von drei, vier Prozent, da hat man schon einen, wie ich finde, sehr, sehr vernünftigen Impact und auch noch ein handelbares Risiko. Also wir fühlen uns da, ich sage mal, in der Justiz-Struktur nicht eingeschränkt. Und ob man das in Deutschland anders handhaben würde als jetzt global oder europäisch, ich glaube nicht. Also ich meine, natürlich hat man in Deutschland deutlich weniger Titel als europaweit. Aber am Ende ist es so, dass die Produkte dann wahrscheinlich so einen Effizienzgrad haben, der dann doch sehr ähnlich ist. Also ich fühle mich sehr wohl mit den Strukturen, die der Gesetzgeber vorgibt. Lukas Spang, wie ist das so, wenn man wirklich einen Investment Case aufgemacht hat, der ihn über ein, zwei Jahre verfolgt hat und man merkt, der geht so richtig auf, dann wird die Position ja automatisch größer. Wenn sie stärker steigt als der Rest des Portfolios, denkt man sich manchmal, ach Mensch, wenn ich doch da hätte mehr investieren können. Oder sagt man, nee, nee, das ist schon ganz gut so gelaufen und dann nimmt man dann auch mal ganz gerne diese Regulatorik zum Anlass, so ein bisschen Risiko rauszunehmen. Also ich bin ja ehrlich gesagt schon ein sehr großer Fan von High Conviction und von einem fokussierten Ansatz. Und wenn man sich jetzt mal rein rechnerisch das Ganze für so ein Usage-Konstrukt anschaut, dann kann man ja sogar auch mit nur 16 Werten ein Usage-Fonds managen. Und ich bin da auch ein bisschen anderer Meinung als Frau Barth und Roger, weil meines Erachtens ist gerade natürlich bei Small Caps das Attraktive und darauf willst du ja hinaus, wenn man eine Idee hat, möchte man ja auch, und von der man besonders überzeugt ist, weil man sagt, da sieht man hohes Potenzial, dass man da möglichst auch entsprechend partizipieren möchte. Dementsprechend ist es zum Beispiel bei mir im Fonds so, dass auch wirklich die Grenzen da relativ doch gut auch ausgenutzt werden. Also gerade im Usage-Fonds oder im klassischen Publikums-Fonds hatten wir ja zum einen die Grenze 10% nach oben und zum anderen die 15-40-Regelung. Das heißt also, alle Werte, die über 5% gewichtet sind, dürfen ja maximal 40% ausmachen. Und dementsprechend versuche ich auch sehr fokussiert zu agieren. Das heißt, im Vergleich zu den anderen beiden ist mein Fonds deutlich fokussierter aufgestellt als beispielsweise sind es aktuell 22 Werte. Nur auch das Ziel ist, lediglich 20 bis 30 Werte zu haben, weil ich auch der Meinung bin, auch wenn man jetzt beispielsweise keine formale Benchmark hätte, in Deutschland als Small Cap Investor wird man beispielsweise zum Beispiel mit dem SDAX verglichen. Der SDAX hat 70 Werte. Dann macht es mal eines Achtens keinen Sinn, 70 Werte oder noch mehr zu haben, weil einfach die Diversifikation einfach nicht mehr gegeben ist. Und am Ende will man ja ein Alpha generieren. Dementsprechend kann man das Alpha am besten generieren, indem man fokussierter aufgestellt ist. Zum anderen ist es aus meiner Sicht auch wichtig, man hat ja letztlich, darüber haben wir ja vorher schon gesprochen, verschiedene Kriterien, die man an die Unternehmen ansetzt. Und wenn man zum Beispiel beispielsweise einfach mal ganz einfach gesagt fünf Kriterien hat, die man hat, um letztlich sagen wir mal zu sagen, das wären die 100% Kriterien, dann ist es natürlich so, dass je mehr Werte man in einem Portfolio aufnimmt, egal ob das jetzt ein Fonds oder ein privates Depot, da wird man am Ende nicht mehr alle Werte haben, die diese fünf Kriterien zu 100% erfüllen. Das heißt, man wird irgendwo Abstriche machen müssen. Und da frage ich mich natürlich, warum soll ich diese Abstriche machen, solange ich zumindest so viele Werte finde, dass ich hier die regulatorischen Grenzen einhalte. Und dementsprechend bin ich schon ein großer Verrechter des fokussierten Ansatzes mit High Conviction und sage mir, am Ende lieber habe ich ein bisschen Liquidität, mit der ich auf eine neue, weitere Chance warte, als dass ich in einen Wert investiere, der doch nicht die Kriterien erfüllt, die ich als Unternehmer ansetze. Ich stimme 100% Ihnen überein, dass wir als aktive Portfolio Manager unseren Kunden wirklich die beste Selektion liefern und damit natürlich auch die High Conviction Ideen im Portfolio selektieren. Aber weil wenn man beispielsweise auf das europäische Micro Cap Segment schaut und hier nur die wirklich zwei besten Prozent auswählt, glaube ich nicht, dass man Abstriche machen muss, das auf der einen Seite. Das heißt, auch wenn man ein Portfolio mit 110 Werten beispielsweise im europäischen Micro Cap Segment hat, hat man die Möglichkeit konstant nach erwarteter Rendite und Risiko abzuwägen und die beste Selektion für die Kunden einfach voranzutreiben. Denn wenn man, ich sehe einfach das Risiko auf der anderen Seite, wenn man die Anzahl drastisch herunterfährt, dass man nicht über eine relativ kontinuierliche Zeit dem Kunden auch die Rendite gegebenenfalls generieren kann. Warum? Weil wir hier über Werte sprechen und Aktien sprechen, die einfach einer sehr hohen Marktineffizienz unterliegen. Das heißt, es kann durchaus auch mal Phasen geben, in denen ein Unternehmen, obwohl es sehr gut liefert, sehr gute Quartalszahlen liefert, die vielleicht auch über den eigenen Erwartungen liegen, das einfach nicht am Markt anerkannt wird. Das heißt aber nicht, dass fundamental etwas an dem Unternehmen eher in die falsche Richtung läuft. Das heißt einfach nur, dass aufgrund der hohen Marktineffizienz das Unternehmen nicht die Beachtung am Markt findet, was es eigentlich verdient. Und zu timen, wann es die Beachtung am Markt findet, ist unmöglich. Und das kann man dann wiederum durch eine höhere Anzahl an Titeln bei gleichzeitig hoher Konzentration gut abbilden. Das haben wir im Grunde eine interessante Stilfrage. Ja, wie viel Conviction ist nötig? Wie viel Conviction verträgt sich auch aus der Risikoseite? Jetzt haben wir auch viel über Investment Cases gesprochen und das, was die Unternehmen alles Tolles tun können. Aber wir wollen ja nicht vergessen, es gibt da halt auch noch eine Börse. Und sie können in den Fonds immer nur das anlegen, was Anleger ihnen denn auch an Geld anvertraut haben. Das heißt, wir müssen also ein Thema noch ansprechen, was Lukas Spann gerade schon mal en passant nannte, nämlich Liquidität. Und es ist natürlich toll, wenn gerade die Liquidität in den Fonds hineinströmt, wenn die Anleger sagen, juhu, wir wollen Small Caps, egal ob europäisch oder deutsch haben, dann können sie neues Geld anlegen, können neue Investmentideen auch mit dem frischen Geld einfacher umsetzen. Aber es geht natürlich auch in die andere Richtung, nämlich, dass sie wie momentan vielleicht eher veränstigte Anleger haben, die dann auch irgendwann mal sagen, ach, dann nehmen wir doch mal ein bisschen Risiko raus. Roger Peters, du hast ja schon eine ganze Reihe von Krisen miterlebt am Markt und als Fondsmanager. Wie stark ist die Performance eines gerade Small Cap-lastigen Fonds getrieben auch von den Mittelflüssen, dass man nämlich dann, wenn es an der Börse gut läuft, viel Geld kriegt und investieren muss, obwohl man eigentlich vielleicht sagen würde, hm, naja, könnte jetzt auch ein bisschen Kasse halten, aber dafür zahlt ja keiner. Und dass, wenn man dann Gelegenheiten sehen würde am Markt, die Leute das Geld abziehen. Wie groß ist das Risiko, dass man von den Mittelabflüssen getrieben wird? Ja gut, also das, ich sag mal, in der offenen Uses-Struktur, wo die Anleger die Möglichkeit haben, auch, was ja auch sehr gut aus Anlegersicht ist und viel, viel dankbarer als bei geschlossenen Produkten täglich halt zu investieren oder auch zu deinvestieren, ist es natürlich so, dass das den jeweiligen Verantwortlichen des Fonds etwas unter die Bredouille bringen kann, dass er entsprechend dann auch getrieben ist von den Flows, wie du auch zu Recht gesagt hast. Ich habe jetzt als zweiten Teil der Frage noch mitgenommen als Folge, ob es dann auch, sag mal, Auswirkungen auf die Performance haben kann. Das hieß ja in der dritten, also in der Ableitung, also man hat deutliche Abflüsse, muss selber, sag mal, Teile aus seines Portfolios auch womöglich entgegen der Überzeugung verkaufen und beeinflusst dann die Kurse, so wäre jetzt dann die Schlussfolgerung und hat dann auch einen Performance-Nachteil. Das ist schon einige Hätte wäre, wenn es und eigentlich sollte der Fonds auch vorher so aufgestellt sein, dass genau das nämlich nicht passiert. Sprich, man kann ja, ich sag mal, und da sind wir nämlich bei einem Vorteil von der Diversifikation und von der breiteren Streuung, dass man halt auch versucht, die einzelnen Positionen nicht zu groß werden zu lassen, dass man irgendwo am Ende selber dann die Kurse bewegt. Du sprachst es an, wir sind ja, ich bin ja genauso wie du seit gut zwei Jahrzehnten hier tätig und ich muss sagen, ich habe dieses Problem tatsächlich auch in der Finanzkrise 2008 und 2009, geschweige denn in den jüngeren Jahren, selten am Markt gesehen. Wo ich es gesehen habe und du glaube ich auch, Christian, war in Zeiten des neuen Marktes in Deutschland. Wir nennen jetzt keine Namen an dieser Stelle, ja, aber wir haben es gesehen, dass Fonds aufgeblasen wurden mit sehr viel Geld und hinterher haben sie das, was sie geschaffen haben, rund gemacht. Es geht um Massenphänomen halt einfach, dass da auch extrem hohe Mittelrückflüsse in Nebenwertensegmenten halt waren, wo es dann auch tatsächlich dann auch wieder diese Rückkopplungen auf die Kurse gab. Aber da ist auch Voraussetzung, dass es a. extrem große Kapitalströme gibt und B, was dann auch damals oft der Fall war, dass die Fonds auch signifikant, also mit 5, 10, 15 Prozent an den Unternehmen beteiligt waren. Und genau das verhindert eigentlich auch heutzutage fast jeder Ansatz. Also da sind ja auch die professionellen Anleger deutlich restriktiver, damit genau sowas nicht passieren kann und soll. Also ich sehe das Risiko, muss ich ganz ehrlich sagen, deutlich reduziert. Und wenn es dann tatsächlich so kommen sollte, also in dieser ganzen Kausalkette, wie eben skizziert, dann ist auch vorher handwerklich was falsch gemacht. Weil im Prinzip darf man sich da nicht die Fallen bauen, die passieren können, wenn es extreme Rückflüsse gibt, weil das kann halt passieren. Was muss denn ein Anleger dann mitbringen, um einen solchen Small-Cap-Fonds auch wirklich zu nutzen und zu verstehen? Was muss er zusätzliches wissen, was er vielleicht nicht unbedingt schon in seinem Erfahrungsschatz hat, wenn er bislang, sagen wir mal, MSCI World ETF oder DWS Top-Dividende irgendein Large-Cap-Investment schwerpunktmäßig nur hatte, Frau Ratz? Er muss auf jeden Fall wissen, dass die Volatilität in Phasen, in denen wir ja seit Jahresbeginn waren, höher sein können. Heißt aber auch, dass er dafür mehr als überkompensiert wird auf der Rendite. Also heißt nicht nur die absolute Rendite von Nebenwerten im Vergleich zu Standardwerten ist höher, sondern auch die risikoadjustierte Rendite ist höher. Das heißt, pro eingegangener Volatilität wird er dafür übermäßig auch kompensiert. Und das zeigt einfach, wie attraktiv es ist, in diesem Segment personiert zu sein. Aber mittel- bis langfristig. Das heißt, er muss eine Investitionsdauer haben, die auf jeden Fall mittel- bis langfristiger Natur ist und dann auch wirklich diese Phasen durchzustehen. Und es gibt nichts Schlimmeres, als sehr euphorisch zu sein, wenn der Markt insgesamt sehr gut läuft und dann sehr pessimistisch zu sein, wenn die Positionierung in den Fonds, in den gemanagten Fonds, aber auch bei den Privatinvestoren sehr, sehr negativ ist wie aktuell. Weil mit so einer sehr zyklischen, sage ich mal, Bewegung wird man keinen mittel- bis langfristigen Vermögensaufbau generieren. Wichtig ist es, da dann hindurch zu schauen und solche Phasen zu nutzen, um dann wieder einzusteigen. Denn an den fundamentalen Treibern hat sich ja nichts geändert. Das heißt, Unternehmen, Nebenwerte sind weiterhin sehr, sehr gut aufgestellt. Die Wachstumstreiber sind intakt und die allerbesten Selektierten können die Krise auch noch nutzen, um ja einfach in der Zukunft sich besser aufgestellt zu haben. Das heißt, diese fundamentalen Treiber, die für Small Caps sprechen, die sind weiterhin intakt. Das heißt, man sollte die Phasen, in der sie sehr stark abverkauft werden und auch mehr als Large Caps abverkauft werden, ja dadurch sich nicht beehren lassen, sondern mindestens an der Position festhalten, wenn nicht sogar, wenn es möglich ist, die Situation auch nutzen, um aufzustocken. Ich glaube, das kann man ganz gut zusammenfassen. Ich glaube, ein Small Mid Cap Investor braucht halt ein gewisses Grad an Leidensfähigkeiten. Und man sagt ja nicht umsonst, das ist Schmerzensgeld, was er bekommt. Erst kommen die Schmerzen, dann kommt das Geld. Ich glaube, das ist das, was wir alle brauchen in der Small Mid Cap Welt. Denn diese Prozyklik kann man dann auch zu seinen Gunsten nutzen. Und ich stimme dem voll überein, dass man dann mittel- bis langfristig da eine Überrendite rausziehen kann. Nun braucht es ja quasi auf Anlegersicht so ein bisschen dasselbe, wenn man einen Small Cap Fonds hat, wie das, was der Small Cap Manager mit Blick auf die Unternehmen mitbringen muss, nämlich die Einschätzung des Managers. Vertraut man dem und ist dieser Herausforderung gewachsen? Dabei ist es natürlich dann auch hilfreich, wenn man ein bisschen mehr über das erfährt als Anleger, was denn so im Fonds drin ist, was denn so hinter den einzelnen Investment Cases steht, warum bestimmte Positionen da drin sind. Das heißt, wir wünschen uns als Investoren ja immer Transparenz. Sie haben ja auch gerade nochmal so bestimmte Markttreiber erklärt, Frau Ratz. Aber auf der anderen Seite, und das würde ich gerne nochmal zu Lukas Spangen rüberflanken abschließend, weil du ja auch in Social Media recht aktiv bist, ist es vielleicht nicht auch ein bisschen hinderlich, wenn man allzu transparent ist, so nach dem Motto, wer sehr offen ist, ist nicht ganz dicht, weil man manche Investment Cases vielleicht erst mal in Ruhe aufbauen möchte, statt dann schon immer darüber zu reden, um seinen Investoren wieder irgendeinen Kampfer zu geben, dabei zu bleiben. Wie löst man diesen Zielkonflikt? Ja, also ich war ja in der Vergangenheit auf Wikifolio aktiv und da ist natürlich das Portfolio komplett gläsern. Also da sieht man ja wirklich jede Transaktion sofort, wenn sie getätigt wurde. Dementsprechend habe ich vielleicht auch ein anderes Verständnis oder einen anderen Umgang mit Transparenz als andere Fondsmanager, weil ich diese Transparenz einfach gewöhnt bin. Ich versuche natürlich auch jetzt, seitdem der Fonds aufgelegt ist, sehr transparent mit der Situation umzugehen, über die Positionen im Wert zu sprechen, zu erklären, warum ist eine Aktie oder ein Unternehmen interessant. Es gibt ja auch so ein bisschen das Sprichwort Talk about your position und ich glaube, dass Transparenz auf jeden Fall wichtig ist, dass sie aber auf keinen Fall hinderlich ist. Man kann ja letztlich zum Beispiel auch das so ein bisschen so teilen, dass man sagt, wenn man eine Position aufbaut, dann spricht man auch nichts darüber, sondern wartet erstmal ab, bis man die Position aufgebaut hat, bis man letztlich die Stückzahl an Aktien erworben hat, die man haben möchte. Und dann geht man raus und sagt, wir haben jetzt eine neue Position aufgebaut. Und auf der anderen Seite muss man das natürlich genauso machen. Wenn man eine Aktie verkauft, dann muss man sie natürlich zuerst verkaufen und danach spricht man drüber. Gleichzeitig gibt man aber dem Investor oder dem Interessierten natürlich auch einen Anreiz, in den Fonds zu investieren, weil wenn er nämlich in den Fonds investiert ist, dann ist er zuerst auf der Verkäuferseite und muss nicht letztlich hinterherlaufen. Und gleichzeitig wird er aber auch entsprechend informiert über die Positionen. Was wird gemacht? Warum ist ein Unternehmen eben interessant oder vielleicht auch nicht mehr interessant? Und wenn man nicht, glaube ich, so mit dem Thema Transparenz umgeht, dann hat man hier ein wirklich gutes Gleichgewicht. Ganz herzlichen Dank an Sie vier. Unsere Stunde, die wir uns immer so als Maximum gesetzt haben, ist schon wieder vorbei. Das Schöne ist, es geht für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ja gleich weiter, weil die Transparenz, über die wir gesprochen haben, die ist eben nur einen Klick entfernt. Sie können die Fonds von Katharina Ratz, von Roger Peters und von Lukas Spang, natürlich auf der Plattform Cap Insight verfolgen. Sie können dort hineinschauen, Sie können sie vergleichen, Sie können sie mit ETFs vergleichen und vor allem, Sie können natürlich dann auch von dort weiter navigieren zu den Marktkommentaren der Fondsmanager, wo eben dann steht, was gerade die wichtigen Wert- und Performance-Treiber sind und was die Überlegungen des Fondsmanagements sind. Das ist hier im Small-Cap-Bereich sicherlich noch viel, viel wichtiger. Dazu wollen wir natürlich auch darauf hinweisen, dass Sie einen tollen Research-Hub auf dem Internet haben, wo sich Anleger Studien zu einzelnen Unternehmen auch herunterladen können. Ganz genau. Und das ist für diejenigen, die sagen, naja, also ich bin einfach mal interessiert worden für Small-Caps, möchte da gern weitermachen, aber nicht unbedingt die Entscheidung an einen Fondsmanager und sei er noch so gut ist, delegieren, sicherlich auch eine Möglichkeit, hier weiterzumachen. Für heute ganz herzlichen Dank an meine vier Panelisten und natürlich an Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, machen Sie es gut. Bis bald hier auf Cap Insight.